so auf ein neues in der hoffnung dass es diesmal funktioniert ich wollte diese auswählen einfach noch eine kurze 11 minuten ich weiß nicht oder fahren wir die 9 minuten anfangen wir einfach mal die nehmen wir den muss zufällig blablabla rundfahrt check reierfahrt ist aus ja es passt ich glaube es war jetzt alles ja es ist jetzt nur eine kürzere mehr oder weniger jetzt nicht die die wir unbedingt machen müssen trifft sich aber eigentlich ziemlich gut weil es einfach viel zu warm ist schon wieder das sauna feeling ist schon wieder unter betrieben kommt nix kommt nix ja ich hoffe mal funktioniert das ist das problem war das war jetzt behoben ist deswegen auch nur kurzer schreck glaube ich ja hoffe ich mal dazu muss das plan vielleicht sogar noch mal eine fahrgarte bitte aber und vielleicht das noch mal ändern von wegen dass wir jetzt hier auch dass wir das licht hier vorne aus haben bitte eine fahrgarte bitte nein eine woche fahrgarte so wo war das die an und die aus das wollte ich wollte hier und so wird doch wieder beide ausgemacht äh einzelne ausgemacht äh ja also ich hab hier dingsbums also ich hoffe mal das problem ist jetzt behoben mit den oh fuck war ja vorfahrtsstraße äh vorfahrtgewehrenstraße aber für mich ist das einfach eine vorfahrtsstraße das äh muss halt passieren äh ja ein paar fahrkarten äh ich hab hoch äh ich habe äh zumindest das gefühl gehabt oder ich meine mich erinnern zu können dass ich irgendwann mal äh OBS Studio nicht als Administrator geschadet habe wenn das Problem jetzt überhoben wurde lag es daran dass es halt so das ist mir an dem Tag passiert und das hat deswegen so geleckt hat diese blöde Maus ähm ich hoffe mal das Problem ist es gewesen alles andere wäre ein bisschen blöd warum war das Vorfahrtsstraßenschild hier hinten steht und nicht da vorne äh ja wie gesagt ich hoffe dass das Problem damit behoben auch sein wird alles andere wäre halt blöd um es mal nett zu formulieren das sah eng aus oder das klang eng genau das fühlt sich eng an oh gott oh gott das war knapp warum hat das gerade so ruckelt das verstehe ich jetzt gerade nicht ja das habe ich jetzt mehr oder weniger wahnsinnig mitgenommen äh eher weniger aber naja mitgenommen ist mitgenommen der nächste Halt Sieg Walden Lido Sieg Walden Lido oh jetzt sind wir aber ziemlich früh also sehr früh tschüss dann können wir gleich nochmal ordentlich wieder früh kommen das ist ungewohnt so früh zu sein hier ist die Fahrkarte ähm und hier ist ein Foto meiner Katze sie heißt Maunzi hier wie einfallsreich was was achso hier da hier bitte hier bitte hier bitte na klar hier bitte hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze sie heißt Maunzi dass sich alle Maunzi heißen dann auf so nächsten Dings äh müssen halt ab nach Sieg Walden ab nach Sieg Walden ab nach Sieg Walden oh sie ist so rumgeschaukelt wieder oh Gott was ist denn das jetzt so das funktioniert nicht so komisch diesig neblig wie auch immer Ich hab ja auch gewartet, ne? Eine einzelne Fahrkarte, natürlich. 2,80, bitte. Ja, nach Oakville Zentrum. Wollt jemand rüber? Okay. Okay, da wollte man schon gleich jemand rüber. Nein, das sah nur so aus. Puh, geklappt. Hier ist der Blitzer. Komisch, hier hat man irgendwie nicht wirklich so extrem viel Zeit. Hier ist man eigentlich ziemlich eng mit dem Fahrplan. Ich brauche mehrere Fahrkarte. Mehrere Wochen-Standard-Fahrkarten. Danke, hier muss ich raus. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, dann geht auch raus, die Tür ist offen, Mensch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelne Fahrkarte. Danke, eine Fahrkarte bitte. Eine Standard-Wochen-Fahrkarte kommt sofort. Jetzt kommt man hier schon wieder nicht raus. Jetzt bin wir das nicht so wirklich. Nächster Halt, Oakstraße. Ja, ein Oakville ist doch Oakville, oder? In Oakville fühlt man echt immer... Alter. Ja, verdammt viel Zeit. Aber echt verdammt viel Zeit. Okay, das war... Eindeutig zu weit. Äh, what the... Okay. Jetzt machen wir eine sehr, sehr große Runde. Eine sehr, 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 sehr große Runde. Zwei Achtzig. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Zwei Standard-Einzelfahrkarten. Eine Fahrkarte, bitte. Oh Gott, eine Fahrkarte? Na natürlich. Na dann wollen wir mal. Große Runde. Okay. 3 Minuten haben wir Zeit dafür. Okay. Aber ich glaube hier bei den 70 Kilometer pro Stunde in der Landstraßenzone sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja glaube ich nicht wirklich auf 70 gelockt das Tempomat. Das ist der, der Tempomat. Oh doch. Okay. Ja, mein. Das ist ja einfach nur da. Da muss ich immer bergab gehen. Okay. Ja, total mitgenommen. Ich weiß. Nächster Halt. Aukwil. Zentrum. Jetzt. Ich weiß. Justine. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja wie hier oben ist. Ich weiß. Fällt nicht schon die ganze Zeit jemand raus? Ich kann mich nicht auch täuschen. Ich meine aber, dem war so. Die habe ich zu spät gesehen. Ist das überhaupt der richtige Bus? Weiß ich nicht. Ganz vergessen, dass es Bodenwellen gibt. Oder Bodenschwellen, Dings, Bums. Ganz vergessen. Dankeschön. Finde ich gut, dass ich meistens Vorfahrt bekomme. Vorfahrt gewährt bekomme. Eie, willkommen trotzdem zu spät. Wie krank, ey. Ich freue mich ja schon drauf, wenn wir neue Gebiete vorgeschalten. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Problem damit behoben wurde, dass ich jetzt einfach damals nicht in, äh, Dings im Administratoren-Modus gestartet habe. Ich habe es auf alle Fälle mittlerweile, oder vielleicht auch schon da, ich habe keine Ahnung. Äh, werden wir später sehen. Ach, verdammt. Ähm, so mache ich das als Administrator quasi immer gestartet. Aber sicherheitshalber mache ich es trotzdem immer noch manuell. Man weiß ja nie. Nächster Halt, Aukwil, Zentrum. Ei, ei, ei. Das Timing ist wieder ein Problem. Was? Tür? Ich brauche eine Fahrkarte. Warum einfach nur Tür? Danke. Bitte. Ist da wer? Können wir da weiter? Und vielleicht Zeit rausholen. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn... Vielleicht, ja, nee, ähm, das sieht nicht gut aus. Achtung auf den Blitzer. Ja, zeitlich. Verlieren wir das schon ordentlich. Mal gucken, vielleicht dann doch weniger mit Full-Tempomat arbeiten und dann eher mit angepasstem Tempomat. Wenn man immer perfekt haben möchte. Aber eigentlich ein gutes Timing ist ja auch noch in Ordnung. Ähm, oh, come on. Also, in der Form, dass man halt, ähm, Flusspunkte dafür bekommt. Und Pluspunkte sind ja mehr, dass es aber auch mal hinarbeitet. Zu spät, ja. Und da haben wir uns wieder ein, äh, ein, ja, ausgedichten. Plus oder Minus. Tag, Senior, Drücken. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Bitte. Und weiter geht's im Text. Zwei Minuten sind sie spät losgefahren. Oh Gott, ja. Die Minuspunkte, die haben jetzt wieder rein, bis sie spät kommen. Oh, das war knapp. Hast du Freitag in Zeit des E-Geräts? Nein, tut mir leid. Ich bin selbst an der Arbeit. Bin ich denn jetzt... Okay. Ich wollte gerade fragen, ob ich ihn getroffen habe. Das ist einfach vor, Mensch. Oh, scheiße. Wer hat das... Soll ich dir ein Foto von deiner Katze zeigen? Meine Güte. Nee, danke. Ich fahre gerade. Auch wenn er mich nicht meinte. Eieiei, zwei Minuten. Heute die Weltweh. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt. Sie gewalten. Lido. Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Die zwei Minuten kann man auch rennen. Okay, keiner wird rein. Ganzhaft. Keiner wird mal raus. Na denn. Gut, also eigentlich kommen wir eh nicht mehr auf 1,70. Da kommen wir wieder mal wieder reinhauen. Das Spiel kommen wir sowieso immer. Da müssen wir die Pluspunkte wieder woanders herholen. Kreisverkehr ist doch schon immer wieder abenteuerlich. Vor allem diese Schelle hier. Oh Gott. Jetzt weiß ich schon wieder was ich hier vermisst habe an dieser Route. die Einfahrt in die Stadt. gut. geht doch endlich es sind aber mehr als zu spät wir brauchen was du mein ich glaube 136.000 oder sowas damit kommt das hin egal ich habe stefan schon noch krank Einzelstandard, zwei Stück. Ich meine, warum sollte es jetzt hier, da vorne, eine Vorfallstraße gewesen sein, aber hier plötzlich eine Vorfallgewehrenstraße ist. Das ist halt irgendwie merkwürdig. Gut, das handelt ich halt auch komplett durch, aber... Aber gut. Ist halt wie es ist. Unterhalt. Ostenspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ein paar Blätter, da war ich ein bisschen so vorherig. Müll. 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 Dann wollen wir noch raus. Dann. Ups. Ui. Hat sich ja schon gelungen gehabt, auch wenn wir schwarz-freundlicher besterben. Wie geht es im Moment? Ich will noch mal gucken. Shop für die kleinen 120.000. Da sind wir schnell dabei. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Mit dem ganzen Bim Bam Bum. Mit dem ganzen Krims Krams. Und. Ich werde dann jetzt mal. Gucken, nachgucken. Und hoffen, dass alles funktioniert hat. Und weiter schwitzen. Und mit denen wir warten. Bis zum nächsten Video. Ichätze. Ich hoffe, ich aura